Das kann doch nicht sein. Dann halt nicht. Aber die haben sich doch nicht so eins gemobst, oder? Ich meine, das kann jetzt auch nicht so gescriptet sein, dass ich die Quest nicht erfüllen kann. So, irgendwas... So, bla... Muss hier noch sein. Irgendwann mal. So, ich hab viel Geld. Das geben wir jetzt aus. So, doch, ja doch. Das geben wir jetzt aus. So, wieder für Waffen, hm? Eigentlich will ich nicht. Oder ich könnte... Das ist jetzt irgendwie... Ich wollte ja eigentlich die anderen Fähigkeiten haben, ne? Nee, ganz nett, ich spar das. Hier will ich nicht. Hier will ich jetzt nicht einkaufen. Das ist nicht. Ja, ich versuche das. Okay. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das war's für heute. Hier Wart, warten! Hier wollte ich Geld ausgeben, oder? War mir doch so. Hi Süße! 50.000 Sehr schön. So, das Letzte. Üben wir den mal. Ohne unseren Meister. The Crush. Hinten ausweichen unten. Ich verstehe. Erst Crush, dann Reaper? Hm, why not? So, war ich zu schnell für dich? Bekannt. Und den Badge Slap nochmal. Okay. Das ist geil. Der Brecher. Ja. Die Übersetzung ist super. Genauso wie die Lippen synchro. Damit haben wir alle Schwertechniken! Das ist doch mal was! Damage Upgrade. Moment. Hier noch irgendwas. Okay. Die kann man nicht mehr verbessern. Äh, die Cobra hab ich noch gar nicht eingesetzt. Nicht so oft zumindest. Der Adler. Schaden. 20.000. Hm. Drache, ja. Kraft. Kraft. Läger hat die Dauer der Betäubung. Aber Bär. Pflichtenfekt. Oh, den will ich. So, da sind wir. Aktuell? Na, komm schon. Bären, den können wir noch gleich mal ausprobieren. Neue. Oh ja. Der haut schon einiges weg. Gut. Laufen wir. Klettern wir. Was auch immer. Schauen nochmal. Was macht das Telefon hier? Nächste Tür. Also das kann von mir aus in die Luft fliegen. öh, öh. Da. Da will ich jetzt viel toller werden. Prüle dich nicht. Brüle dich durch. Ja! Oh Gott, hatte ich da nicht alles gepackt! Uh! Dann hat er einen Weg! Hm? Ja, da habt ihr meinen ekelhaften Ding. Das ist wirklich... He... Lidia Mops, lass drauf! Wo ist der Rest? Tod? Und, äh... Hey! Hier will wir wieder Geld verdienen. Gott, der sagt bloß, das ist der zweite Sendemast, den wir hacken sollen. Ja! Was hab ich da oben alles gesehen? War hier nicht noch was? Wir lieben Upgrades! Nix? Gut. Äh, hör mal, was gerade über den Empfänger kam. Hörst du mich, Kusagari? Ja, tust du. Ich habe deinen Clan vernichtet. Ich. Sie haben um Gnade gewinselt. Jetzt bist du dran. Ja, also... Okay, achso. Ich, äh... Tret dir einfach ab. Ja. Machen wir das hier? Okay. Gut für dich. Schön. Code-Button! Ja. Ja. Äh, ich bin auf. Ja. Ich bin auf. Ich bin auf. Ja. Ich bin auf. Schraube. Ja. 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 Ah, wie geht's so? Oh, oh, oh. Vor dir habe ich Angst. Pass. Okay, hier. Du hast noch nicht. Wow, 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 wow. Und wir müssen uns. Und... Und... Voll das. Fett. Wow! Das ist nicht ganz. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ey! Was machst du denn? Weil es hat es abgedreht. Aha. Zum Glück sind wir dieses Monster los. Wow, der war das erste Mal schwieriger. Der war echt schwieriger. Ich will echt wissen, wo meine restlichen Steckbriefe rumliegen. Das ist das einzige, das wieder mal nur noch offen ist. Gut, wir haben noch nicht alles erkundet, aber ernsthaft. Wo sollen die sein? Quad-Button! Quad-Button! Komm schon, mach auf! Hm. Äh. Wie er seine Rüstung regeneriert. Oh. Äh. Die Rüstung regeneriert sich und erst dadurch natürlich noch leben. Was gab's hier nochmal? Ihr kennt das ja. Doppelt und dreifach abgera- Ach, das war hier. Aber das war aber anscheinend nicht lang. Das, äh... Hier ist Kürze? Ehrlich? Oh. Oh hey. 114.000. Und was hier waren wir noch nicht? Ja, das war das Telefonhäuschen, was ich mal wieder massakriert hab. Nicht schlecht. Ich beschwere mich nicht. Geh mal ein bisschen Schock. Hey. Creep. Geh mal weiter. Hörst du dich? Hörst du dich? Dankeschön. Da siehste. Erstmal Schock. Das ist was ganz tolles. Makro. Flächeneffekt? Quit. 10.000 für die Betäubung. Klar. Dann brauchen wir Neues. Ich mag Sprengstoff. Ich mag ihn ganz doll. Vielleicht gibt's in der Miene noch ein paar Steckbriefe. Vielleicht. 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 Wah. Ach. Nichts. wordsitched. Schocker? Schocker? Schicksal? Nein! Nein! Ich glaube, oyense! Boi. Dann wieder hier durch. Sind die Dinger jetzt wieder aktiv? Das wäre ja lustig. Töste, Tatsache. Was gibt's denn eigentlich an Geld für euch aus? Gucken wir doch mal an. Zusammengerechnet sind das... 5000 Tacken mit einem Telefon zusammen. Also hier lässt sich Geld fahren. So richtig. Und, äh, upala. Nee, dann warte mal, wenn ich das nicht kenne. Das ist unglaublich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ladebildschirm? Was können wir denn jetzt? Ich wollte aber schon nochmal hin zurück. Irgendwann. So. Komplett neues Vorgabenziel. Gut. Sie suchen den Meteor. Was? Das Erz. Als es vom Himmel fiel, haben die Cusacarius vergraben. Die Totems waren nur Fragmenten. Ich dachte, du würdest keine Geheimnisse kennen. Nur dieses eine. War das korrekt hier? Komme ich nur irgendwo anders lang? Ein bisschen doch. Die Totems waren fertig. schon alles das war doch mal lecker raus muss ich ja irgendwie dass der junge springen kann ist auch echt krass Plötzlich, lights out. Joa, wir erforschen die Wiener beim nächsten Part weiter. Ihr liked mal ne Runde.